Vieles an unserer schönen Stadt Dresden ist exzellent. Besonders exzellent ist aber unser Wissenschaftsleuchtturm, die Technische Universität. Die hat es geschafft, mit vielen außeruniversitären Institutionen, Max Planck, Helmholtz, Leibniz, Fraunhofer, in der letzten Runde zur Exzellenzuniversität zu werden. Das ist gut für die Stadt, dadurch werden viele internationale Wissenschaftler hierher gelockt und die beleben das Stadtbild und geben nach außen ein gutes Bild für uns alle ab. Wir sind bei der nächsten Runde wieder dabei und als Universitätsklinikum werden wir die Technische Universität maximal unterstützen und ich bin sicher, wir werden gewinnen.